Hallo ihr Lieben und recht herzlich willkommen beim Nette-Leute-Treff, eurem Ü50-Freizeittreff im Ländle. Und wie ihr seht, mir geht es wieder besser. Sommergrippe ist so langsam am abklingen, fast schon vorüber und ich denke nach ein, zwei Tage, dann habe ich es hinter mir. Auf alle Fälle kein Corona-PCR-Test negativ, Schnelltest negativ. Es war einfach nur eine ganz normale Sommergrippe. Was ich allerdings merke ist, draußen wird es Frühling und naja, mein Heuschnupfen kommt. Also von daher, wenn ich heute ein bisschen verschnupft bin, dann entschuldigt bitte. So, wir haben ein tolles Wochenende hinter uns. Habt ihr das gestern gesehen? Das Foto unserer Mädels, die sind doch eine Wucht. Also dieses Salatbuffet, absolut Sahne. Also schaut euch dieses Bild an. Also was sich unsere Mädels Mühe gemacht haben, also wirklich toll. Leckere Salate, Kartoffelsalat, Nudelsalat, von mir beigesteuert ein Karottensalat. Alles unheimlich lecker. Wir haben einen russischen Salat gehabt, wir haben einen Schichtsalat gehabt. Das andere weiß ich alles gar nicht mehr so richtig. Auf alle Fälle, es war sowas von lecker. Und wir waren gestern knappe zehn Leute, also gute zehn Leute. Es war richtig toll, richtig warm, also sommerlich warm. Der ein oder andere hat sogar ein bisschen Sonnenbrand bekommen. Also richtig toll, hat mich gefreut. Und wirklich ein unvergesslicher Tag gestern. So, aber diese Woche ist es natürlich auch schon wieder so weit, dass wir Termine für euch haben. Und was ich für euch zum Beispiel am Freitag habe, das seht ihr wie immer nach dem Intro. Dranbleiben, es lohnt sich. So, am Freitag ist es schon wieder so weit. Unser nächster nette Leute-Treff Stammtisch steht an. Und ich hoffe, ihr meldet euch alle fleißig an, denn es geht in ein wirklich super tolles Lokal. Und zwar gehen wir am Freitag, das ist noch unsere Grillparty, am Freitag geht's mal wieder ins Antik-Restaurant nach Ludwigsburg. Das ist ein wirklich toller Türke, also ein tolles türkisches Lokal mit super Essen. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, letztes Jahr im August oder September waren wir schon mal dort. Und wir waren so was von begeistert. Also ihr seht es jetzt auch hier an den Bildern. Es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Und jetzt schon acht Monate circa her, seit wir das letzte Mal dort waren. Und jetzt haben wir uns gedacht, am Freitag, da gehen wir doch mal wieder hin. Ich gehe davon aus, dass wir diesmal noch nicht draußen auf der Terrasse sitzen können, wie beim letzten Mal. Denn es soll ja ab Mittwoch leider wieder ein bisschen kühler werden. Vielleicht sogar Schnee, hatte man gesagt. Aber wir lassen uns überraschen. Wir sitzen auf alle Fälle drin. Drin ist es ultra gemütlich. Und wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, meldet euch an, denn das Essen ist absolut spitze. Wie immer starten werden wir um 19.30 Uhr. Und das Ganze geht dann ja, solange wir möchten. Meistens so 22.30 Uhr. Manchmal wird es auch später. Aber das ist ja jedem überlassen, wie lange er da bleibt. Auf alle Fälle meldet euch an. Bitte bis spätestens morgen Dienstagabend an. Denn dann rufe ich dort an, reservieren Tisch, wie immer. Und dann freut es mich, wenn ihr alle mit dabei seid am kommenden Freitag. Das ist, glaube ich, sogar der 1.4. um 19.30 Uhr. Anmeldung, wie immer, über unsere nette Leute-Treff-App oder über die Homepage oder direkt per WhatsApp. Wer weder App noch Homepage-Zugang hat, der bitte einfach per WhatsApp. Und ansonsten bis dahin sage ich Tschüss, lasst euch gut gehen. Ich gehe jetzt gleich nach oben und esse noch ein bisschen was von dem leckeren Salat, der gestern übrig geblieben ist. Da habe ich mir natürlich ein bisschen was vom Kartoffelsalat abgezweigt und vom Nudelsalat. Lauter leckere Dinge. Das tue ich mir heute Abend noch zum Abendbrot machen. Und ansonsten sage ich Tschüss, euer nette Leute-Treff. Tschüss, euer André. Wir sehen uns und bis bald. Ciao, ciao.